Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix Bott und ich freue mich Sie als Aussteller oder vielleicht auch zukünftigen Aussteller der EREC heute hier begrüßen zu dürfen. Und zwar bin ich als Event-Koordinator für die Messe zuständig mit meiner Agentur Events to Impress und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Messe für Sie so erfolgreich wie möglich zu machen. Und damit keine Fragen offen bleiben, haben wir dafür uns sogenannte Q&A Sessions eingeplant. Aber was kann man sich darunter vorstellen, ist jetzt natürlich die große Frage. Wir werden im Videokonferenzstil alle zwei bis drei, vielleicht auch jede Woche, je nach Nachfrage, die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten zu einem festen Zeitpunkt und Ihnen dort alle Fragen beantworten, die Sie haben. Heißt, wir werden auf unserer Support-Seite für Sie als Aussteller ein Anmeldeformular zur Verfügung haben, wo Sie auch alle Zeit, alle Termine finden für die nächsten Q&A Sessions. Und dort werden wir eine Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden für Sie bereitstehen und Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie haben. Sei das zum Thema Standbau, zum Thema Webinar, zum Thema Interaktion oder, oder, oder. Alles, was Sie noch brauchen, damit Sie eine so erfolgreiche Messe wie möglich haben. Also, nochmal, wo kann man sich dafür anmelden? Ganz unten bei uns auf der Support-Seite, die finden Sie in Ihren Ausstellermaterialien. Und genau, was braucht man, um daran teilzunehmen? Wir werden die jetzt im ersten Schritt einmal über Zoom machen. Und, ja, das ist für alle, die das noch nicht kennen, das ist ein Videokonferenz-Tool, ähnlich wie Teams, GoToMeeting oder Ähnliches. Wenn Sie das noch nicht haben, finden Sie dort auch den Link, um es runterzuladen. Und ich freue mich, Sie willkommen zu heißen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen alles dazu beantworten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns oder einer meiner Kollegen. Und, ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen.